das internet war weg also wenn es wieder da ist wir machen nicht mehr lange ich habe extra genau sie hat angst gehabt weiß jetzt gar nicht was sie das gehört aber ich hoffe nicht zu viel gerede ein stein ein guter tag yeah if we could card so dann würde ich sagen wie immer danke fürs Zuschauen es heute so ein bisschen kürzer war morgen wahrscheinlich länger wenn nicht irgendwie was total unerwartetes dazwischen kommt und ja ich wünsche euch allen noch einen schönen restlichen Freitagabend und vielleicht, also wirklich sehr unwahrscheinlich aber wenn man sich später nochmal sehen sollte dann auch nicht sonderlich lange maximal vielleicht eine Stunde oder so und wir ja und ansonsten wenn man sich nimmt ist es auch ein schönes Wochenende ich hoffe ihr friert nicht so sehr es wird nächste Woche, keine Sorge das Wetter hat euch covered zu Weihnachten wird es richtig warm zweistellige Zahlen im positiven Bereich also vielleicht zwölf Grad oder sowas vielleicht sogar genau also es wird warme Weihnachten geben genießt die paar Tage vielleicht noch wo Schnee vielleicht bei euch liegt oder so gestern in der Sauna konnten wir tatsächlich auch durch den Schnee laufen und alles war eigentlich echt schön ich erhole meine Stimme heute ein bisschen keine Ahnung was da los ist könnte wie gesagt gestern von der Sauna gekommen sein und ansonsten wie immer danke fürs Zuschauen